Willkommen zurück. Mein Name ist Renka und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu einem Festival Summon. Vom Allerfeinsten will ich doch hoffen. Ich habe heute was Schwarz an Trauer und Gedenken an meine CC. Denn ich habe Trunks noch nicht gezogen. Aber es heißt, der Charakter heißt Sword of Hope. Die Hoffnung. Sie stirbt nicht. Deswegen werden wir jetzt nochmal in das Banner reingehen. Wir sind schon 17.000 CC schwer. Also wir sind 17.000 CC insgesamt schon ins Festival reingegangen. Sagen wir es mal so. Und es geht echt scheißlos. Es hört mich echt wie ist jetzt. Also dieses Banner. Dieses Trunks Banner ist echt undankbar. Okay. Aber wir haben auf jeden Fall garantiert Sparking. Was natürlich nichts heißt. Aufgrund dessen, dass wir die Raten sehr hoch sind. Aber Brojack. Okay. Angenommen. Das ist der neuere. Der ist gut. Oh. Jiren. Oh. Der ist extrem. Jiren. Der ist auch extrem. Nice. Nice. Breezy. Okay. Ich dachte schon, wir wären in Step 4 gewesen, weil wir jetzt nur Sparkings gezogen hatten. Entwarnung. Entwarnung. Wir haben jetzt nur Brojack. Den haben wir auch. Hä? Okay. Den haben wir gar nicht so. Ah ne. Ist ja Sparking. Ah. Das ist extrem. Kriegst du weniger für. Okay. Alles klar. Verstehe. So. Step 1. Also genau genommen Schritt 2. Aber wir starten ja neu. Oh. Was ist das? Verbindungsfehler? Kriegen wir jetzt nur LFs? Boah. Ich hatte gerade Angst, ne? Hoho. Ich hatte gerade Angst, dass mein Handy abkackt. Also ist die App abkackt, ne? Ah. Das war bestimmt ein Fehler des Spiels. Die Woll. Eigentlich hätten wir jetzt ein LF gezogen. Das war Trunks. Aber Spiel macht Auge und sagt. Ne, ne, ne. Habt ihr das gesehen? Das war einfach mal Instant Kamehameha, Alter. Gogeta. Da kommt was. Da kommt was. Ich weiß gar nicht. Das heißt auf jeden Fall, da wir Freezer besiegt haben. Okay. Cell. Dass dann Sparking kommt, aber okay. Ist der Senkai Cell? Wie viel? Ah, okay. Hab ich schon voll. Nevermind. 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 Okay. Wir sind jetzt bei dem Extreme oder Höher? Extreme oder Höher? Ich wähle eher höher, wenn ich darf. Danke. Aber? Warum? 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 Kein Bardock. Immer nur grüner Himmel. Kein Broly. Brojack. Nochmal Rosé Assist. Chopper. Rosé Assist. Ich frage jedes Mal. Ich frage jedes Mal. Oh, gerne. Danke. Den hatte ich bis jetzt nur ein einziges Mal gezogen im letzten Video. Ah, den kann ich nicht mehr sehen. Ich kann den nicht mehr sehen. Den kann ich gerne sehen, aber... LF. Oh, die neue Mai. Uh. Okay. 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 Ich bin mal gespannt, wie die sich macht. Extreme Charaktere sind ja so eine Sache für sich, aber... Einige, die haben es echt faustdick hinter den Ohren, sage ich euch. Uh. Also, ich will ihn nur einmal ziehen. Ansonsten würde ich komplett in das andere Banner reingehen, um recht zu sein. Wird aber nix. Wird nix. Naja. Gebt ihr nicht die Mühe, Goku. Ich skippe. Okay. Uh. Neuer Gohan. Auch frohe Sterne zu bringen, ist nicht verkehrt. Man weiß nie, wann man die mal brauchen könnte. Aber... Schaden tut es auf jeden Fall nicht. Deswegen gerne annehmen. Gerade die neueren, wo man die halt auch wenig Sterne hat. Beste Gelegenheit gerade. Aber es... Ich weiß nicht, was mit Trunks los ist. Okay. Vier Sterne haben wir ihn. Genau wie den Gotenks. Dodoria. Dodoria. Warum bist du hier? Gratis, Simon. Machen wir ihn Silent Summon. Einfach Schnauze halten. Einfach Schnauze halten. Einfach Schnauze halten. Das war's für heute. Komm schon, komm! Ich bin der Wunsch! Ich bin der Wunsch! Ich bin der Wunsch! Ich denke, es ist einfach so einfach. Ich bin der Wunsch! Ich bin der Wunsch! The Dreams! Dass da was dabei ist, was man noch nicht hat! Hauptsache, wir ziehen Extreme Mai im Step davor, ne? Hauptsache, Extreme Mai! Ey! Ich hab keinen Bock, in das Bannerhater reinzugehen, aber ich brauch den! Die Sucht kickt! Okay! Ich mein, wir haben ja genügend CC und das Festival... Ich hab gefühlt... Ich hab gar nichts gemacht, ne? Ich hab gar nichts gemacht! Ungelogen! Okay, komm! Ich krieg bestimmt noch genügend CC durch das Festival. Von daher, mach ich mir jetzt keine... Ach Gott! Mach ich mir jetzt keine Sorgen bezüglich des Part 2, was noch kommt. Aber... Es tut weh! Es tut echt weh! Ne, das... Okay, das ist Schmutz! Das ist Schmutz! Und... Ey, das gibt es doch nicht! Super Saiyajin, zeig mal was du kannst! Zeig, 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 zeig! Zeig jetzt Bardock! Uh, von Super Saiyajin! Von Super Saiyajin! Genki-Dama! Energie abgegeben! Einfach mal Energie abgegeben! LF! Energie! An ihn gesendet! Und ich bekomm' wieder den Gohan! Ich bekomm' wieder den Gohan! Und gut! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich bin immer wieder schön, Gohan zu ziehen, denn ich... nicht brauche! Eieieieiei! Es kann doch keinen Spaß machen! Oh, okay! Ja! Drecks Himmel! Aber dafür! Super Saiyajin Gott! Und... Freezer! Okay! Hallo! Okay! Was passt da? Kein Broly! Was? Kein Broly! Kein Broly! Ach, komm schon! LF Trahans! Prinzess Trahans! Ah Mann! Immer die... Immer diese... Ach! Fake Out! Rosi Black Assist! Kevlar! 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 Boah! Haha! Ist die einfach auf sieben Sterne hochgezogen. Okay, dafür ihn. Kann ich schaden, ihn auf sieben Sterne rot zu haben? Das auf jeden Fall nicht. Gegnerische Universum, unverschämte Kämpfer oder Mädels. Ja, zu Mädels zählt Princes Trunks auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Was denkt ihr? Guter Step oder kein guter Step? Ich würde sagen Scheiß-Step. Ach, wie geht da? Okay, Freezer. Ich weiß gar nicht, ist LF Freezer auch in einem von den Bannern drin? Ich bin mir gar nicht sicher. Keine Ahnung. Literal keine Ahnung. Kakakunza. Das. Es tut so weh. Oh nein. Mein Akku ist gleich alle. Ich bin auf 5% gedroppt. Ich weiß gar nicht, seht ihr das? Ne, seht ihr nicht. Bildschirm ist von mir auf jeden Fall dunkel. Schwierig. Schwierig. So, Gratis Step. Gratis. Okay, okay. Fast hier etwas. Hing geblieben? Okay. Okay. Blauer Himmel, kein Bardock. Blauer Himmel, kein Bardock. Was soll ich davon halten? Super Saiyajin? Kein Broly. Der zieht durch. Oh my yeah. Lf, wen haben wir? Oh, Gohan. Der Gohan, der will mich echt... Der will echt... Der will im Scheinwerferlicht stehen. Er will sich sehen lassen. Aber... Aber... Auch Fake Out? Oh, wer ist er? Nein! Wer ist er? Der ist Prinzess Trunks. Ich dachte schon, ich sei verflucht. Dieses mit dem Überspringen, seitdem ich das weiß, ist das so ein Abfuck. Es ist einfach so ein Abfuck. Ohne Spaß, Alter. Und da kommt noch der nächste Sparking hinterher. Piccolo. Und noch der Spark. Wow. Ich führe mich echt gerade erlöst, ne? Ich führe mich echt erlöst. Also, halten wir fest. Wir haben bis jetzt alle Charaktere gezogen. Bis auf Extreme Freezer. Oh Gott, den haben wir einfach auf sieben Sterne. Okay, den haben wir auf sieben Sterne rot. Ich weiß gar nicht, hatten wir noch einen Step übrig? Nein! Oh Gott sei Dank. 23.000... 23.000... 23.000 CC. So deep sind wir hier drinnen. Und mal sehen, was der Boy hier für eine Animation hat. Okay, mit Goku und wie geht er im Hintergrund? Hat er... Hat er hier irgendwas zum Streiten? Okay. Oh, wo er Samas sogar aufschlitzt. Huh! Das ist wild. Oh, Yajirobe. In seinen Old Years. Und Mai. Freunde. Das war ein herzzerreißender Sum. Das muss ich ehrlich mal sagen. Und da ist mir direkt die Nase verstopft. Schnell raus da. Also wenn ich Sam in einem von den beiden Banner, dann ist es auf jeden Fall dieser hier. Okay, Boys und Girls. Ich mache jetzt einfach meinen Bildschirm aus. Warum auch immer. Zur Gewohnheit. Auf jeden Fall, Boys und Girls. Danke, dass ihr vorbeigeschaut habt. Das Video euch angeschaut habt. Bis hierhin. Und wenn ihr das Video gemocht habt, lasst gerne ein Like da. Halt es auch einen Kommentar, wenn ihr irgendwas mitteilen wollt. Was ihr gezogen habt oder wie deep ihr drin seid. Lasst es mich gerne wissen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Ich drücke euch echt die Daumen, dass ihr nicht so viel ausgegeben habt wie ich. An CC. Und bis zum nächsten Video. Ciao.